Sehr lieber Internet-User, ich habe mir erlaubt, bei Videobotschaft zu antworten, denn so kann man leichter Bilder im Kopf erzeugen. Sie schreiben also im Zahnforum, es geht um Ihren Mann, der einen Gesichtsschmerz hat und dass Sie also schon bei verschiedenen Ärzten waren. Ich habe mir das durchgelesen, die röntgen Bilder, die angehängt sind, habe ich mir eh schon angesehen und es schaut einfach aus, als wäre da eine leichte Schwellung in der Kieferhöhle. Das kann sein, die Folge der Zahnextraktion, dass eine Mund-Kieferhöhlen-Verbindung bestanden hat, man spricht von Mund-Antrum-Verbindung oder dass noch eine besteht, das kann man ganz einfach testen, mittels Blasversuch, das heißt Nase zuhalten, fest ausblasen, wenn Luft aus dem Mund entweicht, dann ist eine bestehende, man spricht von Mund-Antrum-Verbindung, das kann man dann leicht therapieren. Die Splitter, die Sie da schreiben, das sind entweder Knochen oder Zahnreste, das alles ist aber nicht für die Symptomatik, die Sie da schreiben, verantwortlich. Und jetzt beginne ich schon einmal mit dem ersten Bild. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass Sie für Ihren Mann schreiben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich geht, aber wenn bei mir der Leidensdruck sehr groß ist und ich also etwas habe, womit ich adere, dann versuche ich das selber zu lösen. Außer, wenn ich durch die Lösung des anderen einen Vorteil bekomme, der mir nicht bewusst ist. Wie meine ich das? Wir lernen schon als kleine Kinder, dass wir durch Krankheit einen Vorteil bekommen. Wir müssen nicht zur Schule gehen, wir bekommen plötzlich Aufmerksamkeit, wir können länger ausschlafen und so hat es sich in unserer Kultur eingebürgert, dass wir häufig Symptome oder uns in Symptomen baden und dadurch Aufmerksamkeiten von anderen bekommen. Ich habe diese Konstellation häufig bei Paaren bemerkt, wo der eine Krankenpfleger oder Krankenschwester ist. Das heißt, besonders bei Menschen, die also ein sehr ausgeprägtes Fürsorgebedürfnis haben, suchen sich dann natürlich Partner unbewusst, die sie bemuttern können. Und dann entsteht häufig so ein Teufelskreis zwischen Bemutterung und Kranksein. Und eigentlich sind die oder dieses Kranksein oder diese Krankheit nicht wirklich zu therapieren. Das könnte zum Beispiel eine Ursache des Leidens ihres Mannes sein. Eine andere Ursache ist, dass es da etwas gibt, was im Verborgenen liegt. Und das ist halt irrsinnig schwierig, das über das Internet abzuklären. Aber ich gebe Ihnen ein anderes Bild. Ich habe Freunde, wo der Mann unglücklich ist mit der Frau oder mit der ganzen Konstellation, in der er lebt. Das äußert sich dahingehend, oder die Ursache dafür ist, dass er ein Leben führt, wo er ständig nachdenken muss, wo er sozusagen mit der Welt ständig in Kontakt ist. Er ist sehr open-minded. Und sie ist eine ehemalige Kindergärtnerin, die jetzt nur noch Hausfrau ist. Und ihre Gedanken sind eher narrow-minded. Und da gab es auch schon vor einigen Jahren eine Trennung. Besser gesagt, er hat sich ein Techtelmächtel angefangen mit einer anderen Frau. Und diese andere Frau wollte dann auch Kinder von ihm. Er ist dann wieder zu seiner alten Frau zurückgekehrt. Aber da liegt also vieles im Argen. Und wie äußert sich heute deren Lebenssituation? Er verkriecht sich die ganze Zeit in Arbeit und jammert, dass es so viel zu arbeiten gäbe. Sie bemitleidet ihn die ganze Zeit, dass er so arm ist. Und die ganzen anderen, die sind so böse, weil sie von ihm so viel Arbeit verlangen. Und eigentlich bräuchten sie gar kein Geld, denn er hat noch eine kleine andere Firma. Sie hat von ihren Eltern was geerbt. Und es geht weder um Geld, weder um die Zeit, sondern es geht darum, dass er sich zu Hause nicht wohlfühlt und alles Mögliche nur macht, um nicht zu Hause zu sein. Und da er sich das nicht sagen braucht, wie die Dinge sind, schiebt er dann als Grund zum Beispiel irgendein gröses Projekt oder dass es da so viel zu arbeiten gibt. Und dann schnauft er und von seiner Frau kriegt er dann Aufmerksamkeit. Und du arm, er ist wirklich so viel zu tun und du musst es ja nicht machen. Und eigentlich ist die Wahrheit oder bleibt die Wahrheit so auf der Strecke, denn die Ursache ist eine ganz andere. Er würde gern ausbrechen aus diesem Gefängnis, traut sich aber nicht. Es sind zwei kleine Kinder noch da. Und sie kann sich das nicht eingestehen, dass sie einfach auch nicht mehr diese Gefühle, die er ihr früher gegenüber hatte, wahrscheinlich einmal hatte, nicht mehr fühlt, sondern auch sie, ihr Ego, versucht die Aufmerksamkeit auf irgendwas zu lenken. Und das kann sein Arbeit, das kann sein auch eine Erkrankung. Ich habe das schon zigmal erlebt. Nur, wie kann man solche Konstellationen einem Betroffenen mitteilen? Das geht nicht. Stellen Sie sich vor, wir sitzen beide zum Beispiel in einer Ordination, sie sind auch Ärztin, und bei der Tür kommt eine Frau rein mit gemachten Titen, aufgespritzten Lippen, alle so ein Blondinchen und, Herr Doktor, mir geht es so schlecht. Würde ich der sagen, dir geht es eigentlich nicht schlecht, sondern du lebst voll im Luxus und du hast sogar diesen Luxus, dass du deinen Körper umgestalten kannst, nur damit du den Stechern gefällst, dann würde diese Frau sagen, was reden sie da? Das mache ich doch für mich und so ein Blödsinn. Und nein, und ich habe da wirklich einen Schmerz? Das heißt, Sie sehen, in dem Moment, in der man in einer Situation steckt, muss man sehr, sehr reflektiert sein, um die Problematik oder um den Dingen auf den Grund zu sehen. Und das, was Sie hier als Krankheit angeben, es wirkt für mich eben so wie eine ganz normale Komplikation nach einer Zahnentfernung, eventuell eine Komplikation. Und ja, ein Gebiet, wo vorher schon etwas passiert ist, kann dann natürlich eine Zeit lang wehtun. Es gibt dieses Video, Locus Resistenza Minoris. Das heißt, es hat ja eine Ursache gehabt, wieso man den Zahn gezogen hat. Und dann nach dem Ziehen kann es sein, dass die Kieferhöhle da ein bisschen vernarbt, verändert ist. Aber all das ist nicht die Erklärung für dieses Leiden Ihres Mannes und dieses Doktor Hopping oder für, dass Sie sich eigentlich um seine Angelegenheiten kümmern. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, das meine ich natürlich nicht böse, sondern ich hoffe, es kann Ihnen das eine oder andere Bild einen Anstoß geben zur Lösung Ihres Problems. Und wobei natürlich, das sind nur kleine Punkte, da gibt es tausend mögliche Konstellationen, wieso Ihr Mann jetzt schmerzenhart, vielleicht ist da wirklich was Medizinisches. Wobei, und auch das merke ich immer mehr, umso älter ich werde, etwas, was wir als etwas Medizinisches bezeichnen, sind fast zu 90% aufgeschobene psychische Dinge, die wir nicht bereden. Das heißt, wir leben so lange, angenommen, wir nehmen jetzt an, da gibt es wirklich ein Problem in Ihrer Beziehung, dann leben wir wirklich so lange in diesem Konstrukt und bis dieses seelische Leid sich dann in einem körperlichen Leid immer mehr manifestiert und irgendwann wird es dann zum Beispiel ein bösartiger Tumor oder es wird eben irgendeine Neuropathie, ein Gesichtsschmerz oder irgendwas. Und ich kann leider Gottes den Menschen übers Internet schon gar nicht, in der Ordination habe ich manchmal die Möglichkeit, wenn wir ein bisschen Zeit haben und es ergibt sich gerade eine Konstellation, wo dann jemand kommt, wo ich einfach das Gefühl habe, dass das Problem ganz woanders ist, dann kann ich denen dann etwas mit auf den Weg geben. Ihnen kann ich nur anbieten, gehen Sie in sich, überlegen Sie, was könnten die Ursachen sein für Ihre ganze Geschichte hier. Sie können mir gerne auch noch genauere Unterlagen schicken, weil das Panoramabild, das ist kein Panoramabild, was Sie da geschickt haben, das sind einfach nur zwei Schnitte von einem DVD, da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geholfen. Alles Liebe!